Hallo und herzlich willkommen hier beim Gartensimulator 2010. Ich bin der Thomas von World Gameplay, hier von der Telefonsilzeuge. Jetzt breiten alle mal ein Tuch auf der Wiese aus und wir machen gemeinsam ein schönes Picknick. Ja, stellen den Grill auf, schmeißen die Würstchen auf den Grill, auch Steaks, nehmen die Barbecue-Soße heraus. Und grillen. Und in der Zwischenzeit werde ich den Rasen mähen. Ich werde in die Gartenhütte gehen und wähle den Rasentraktor aus. Und mein behinderter Nachbar mäht gerade den Rasen. Es war gerade so schön ruhig. Die Grafik ist ein bisschen komisch, weil hier alles abgeschnitten ist, aber ist egal, wir erkennen es trotzdem. So, und willkommen hier beim Let's-Test. Teil 1 von 2. Nach den zwei Parts werde ich entscheiden, ob es ein Let's-Play gibt oder nicht. Jetzt nochmal Rasen mähen. So, in diesem Spiel geht es darum, einen Rasen, äh, einen Rasen, ähm, einen Grafen zu gestalten. Und zwar mit Sachen von Ubi, genau, mit der Hornbach oder wie alle heißen. Achso, keine Blumen, okay. Also nur den Rasen. Das Spiel ist schon witzig gemacht. Wird mal sagen. Mal schön mit dem Rasenmäher hier rumfahren. Genau. So, Freunde, wenn euch das Video gefällt, macht einen Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und herzlichen Dank über 1200 Abos. Hätte ich nicht gedacht. Wie im Leben. So, letzte Rasenstück. Gewonnen. Hurra. Missionen. Rasenmähen 2. Jetzt muss ich den Nachbarn seinen Rasen mähen. Die faule Sau hat ja hier keine Zeit. Ansonsten wäre es doch schade, um die schönen Pflanzen des Nachbarn im Gartenhaus finden sie den Rasentraktor. Das ist für eine Musik. Ich komme hier hervor wie in der Oper. Irgendwie macht das Spiel verpasst mich einfach nicht. Da mit dem Rasenmäher rumzufahren und alles zerschnippeln. Schnipp, schnapp, äh, Gras ab. Und nichts perverses, was ich immer denke. Ich habe dir eh nichts anderes im Kopf. Nicht den Baum mitnehmen. Und schön aufpassen. Oh, die Gegend sieht geil aus. Sehr gut. Richtige Gemeinschaftsgärten. Was haben wir denn da alles? Kröse. Kohlrabi. Lecker, lecker, lecker. Oh, was ist das? Hm. Achso, hier in diesem Spiel, ne, da wächst auch richtig alles. Also nicht nur klopp, klopp. Einmal mal kurz erscheinen und dann ist es schon da. Nee, nee. Man sieht richtig wie gewachsen. So wie beim Mann, ne, da wächst auch immer mehr. Ja, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Ah, das haben wir auch gemacht. Hier ist noch ein Stück Rasen. Gut. Ich komme mir vor, wie viel lustig bei Löwenzahn. Jetzt würde ich hier seinen Garten machen. So, da fahren wir hier noch fünf Dinger da rein. Können Sie aber aufpassen, dass ich hier irgendwas anderes zerstöre. Gut. Ah, Gott. So. Gut. Gewonnen. Sehr gut. Hurra, 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 hurra. So. Rosen züchten. Ungradierten umgraben. Rosen pflanzen pflegen. Pflügen und verkaufen. Okay. Machen wir es doch mal. Auf der gelb markierten Stelle sollen die Rosen gezüchtet werden. Hurra. Wählen Sie im Gartenhaus die Hake aus. Wie in der Hake? Ich sehe überhaupt nichts. Gibt es das zu? Doch, ne? Ist das überhaupt die Hake? Ne, ne. Ah ja, doch. Da ist ja der Spasti. So. Gut. Mal schön das Unkraut wegmachen. Das ist ein wenig blöd hier. So. So. Jetzt den Spaten. Wahrscheinlich das da, oder? Ja. So. Schön pflanzen hier. So. Allee. Okay. Auf dem Böde. Auf dem Böde, ja. Auf dem Böde. Können Sie nun pflanzen. So. Gut. Machen wir hier mal. Hier noch. Hier noch. Da noch. Hier auch noch. Okay. So. Dünger und eine Gießkanne. Gut. Dann machen wir erstmal Dünger hin. Oh je. Und ich wüsste wo. Hä? Nein. Das war falsch. Wo ist der Dünger? Das da, oder? Ja, genau. Ne, ne. Nicht. Das ist die Gießkanne. Andere ist dann der Dünger. Boah, die sieht aus wie Giff. Die Scheiße. Und da sieht man jetzt, wie es wächst. So. Schön düngen. Gott. Und gießen. Sieht da lustig aus. Tch. So, alle sind glücklich Sieht man nämlich oben an diesen Köpfen An diesen Smileys Ein fröhliches Gesicht bedeutet Dass es der Pflanze gut geht Haha So, diesmal noch ein wenig Mit Spritzen war ich schon immer gut Also im Pflanzen bespritzen Nicht das, was ich wieder denke Weil ich hier die Samen gepflanzt habe So, jetzt schauen wir es einmal an Jetzt kommt es noch langsam raus Gut Wie das wächst Ich glaube, dass da unten ist die Zeit, oder? Klasse, die Pflanzen beginnen zu blühen Juhu Wählen Sie im Gartenhaus die Schere aus Um die Blüten zu schneiden Da sieht man es Guck, guck, guck Die Rosen Geil Tja So, die Schere ist das da Schnippi, schnappi So, damit verkaufe ich dann auch schon direkt Das ist schon fertig Das da Das da Das da Und das da Was noch? Okay, jetzt sind alle fertig Okay Fertig Hurra Nächste Mission Und zwar Kirschbaumpflanzen Zack So, leckere Kirschen Jetzt müssen wir hier wieder Dings machen Alles wieder weg tun So Schönes Unkraut weg Züchtern Sie leckere Kirschen Um sie zu verkaufen Okay Huch, da nicht Da hin Nur hier Tü, 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 tü Pff So Hättig Wo ist Kirschbaum? Kirschbaum? Kirschbaum Pff Ist das überhaupt ein Kirschbaum? Ich weiß nicht Zwei oder wie? Aha Okay Wenn sie den Baum durchbringen Gibt Schakamaka So Erst einmal gießen So Gut Den da auch mal Schön gießen So Dünge Das reicht schon Nicht so viel Gift Nicht gut So So Dann gucken wir mal Es geht ihm noch gut Sollten jetzt Kirschen dann rauskommen Warten wir mal Warten wir mal ein bisschen 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 Das meine Damen und Herren ist der Gartensimulator Ich nehme schon mal die Schere und mache dann schon mal schnipp-schnapp, wenn es rauskommt. So, jetzt bist du dann Gieß kann ich, gieß kann ich So Das reicht schon, oder? Ja, komm Na, wann kommen sie denn? Die Kirschen Aber bitte mit Kirschen Hallo, ich will Kirschen sehen Da kommen sie, guckt Geil, oder? Dann müssen sie auch gleich kommen Wenn sie kommen Hallo Da kommt gar nichts, oder die? Ah, doch, da Guck Da sieht man die Kirschen Was sind das? Da sind doch gerade die Kirschen Die Wagen Na ja Nehmen wir die Schere Und machen die Schere Und machen die Schere Gewonnen Ha Okay Dann machen wir doch jetzt mal Ernte und Verkauf Das ist das letzte Dann machen wir beim nächsten Mal Die letzten fünf So Nehmen wir gleich mal die Hake Gut So Dann machen wir hier mal So Alles nacheinander Nicht so viel Sonst kommen wir nimmer nach hier Muss jetzt 100 Euro zusammen bringen So Hier noch Hier noch Machen wir noch ein Ja komm Bisschen ja viel Geld zusammen bringen So Gut Wieder rein da So Dann nehmen wir mal Dieses da Was auch immer das ist Keine Ahnung So Vieles Pflanzen So Vieles Pflanzen So Schöne Pflanzen hier Wieso habe ich nichts mehr oder wie? Na egal So Kommen wir hier weiter Oh Gott da kommt aber nicht viel raus So Nehmen wir das andere noch Auf Gottes Willen Pfff Das war's schon Hm Danke auch Gut Dann nehmen wir jetzt die Gießkanne Sollen wir gießen Aber ganz schnell Herz Pfff Dann My You 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 So, glückliches Gesicht. So, wer noch? Äh, ja. Hä? Ist das eine Schere oder wie? Ja, ne? Sie scheren im Unkraut oder was? Hm, keine Ahnung. Schere. Achso, das Zeug ist schon fertig. Mein Gott. Gut, das ist fertig. Zack, zack. Gewonnen. So, die nächsten fünf Missionen. Und zwar die da. Guck mal. Ernte und Verkauf 2. Wettbewerb 1. Wettbewerb 2. Nachbarschaftshilfe und Ernte und Verkauf 3. Das seht ihr dann beim nächsten Teil wieder. Hier vom Gartensimulator 2010. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.